Mir ist bewusst geworden, dass zu der Kulturlandschaft, die wir hier haben, dass wir die erhalten können, einfach ein Haufen Arbeit dazugehört. Und wenn es mir nicht machen, wird es vielleicht bis in ein paar Jahren nimmer mehr machen. Momentan habe ich auch Leute, die sagen, das Bio ist ihnen egal. Sie wissen, wo es herkommt. Es kommt aus der Region. Sie wollen eigentlich Regionalität. Das ist gut, finde ich super. Für mich ist das Bio einfach noch einmal eine Klasse höher. Aus wirtschaftlichen Gründen, müsstest du normalerweise sofort sagen, okay, wenn wir aus dem Bio aussteigen. Wir machen es aus Überzeugung und für uns passt das. Das leben wir so und darum machen wir es. Das Bewusstsein, glaube ich, dass bei den Leuten immer mehr kommt, dass man wirklich auf die Qualität schaut und solche Lebensmittel auch konsumiert. Vielleicht auch ein bisschen ein Umdenken, dass man vielleicht weniger Fleisch isst, dafür bei dem Fleisch einmal darauf schaut, wo es herkommt. Aber wir haben viele Stammgäste, die ich von klein auf schon kenne. Dann hat es wieder die Zeit ergeben, wo sie dann in ein Alter reingekommen sind, wo man nicht mehr mit den Eltern weggeht. Und jetzt auf einmal merkst du wieder, dass die auch wieder zurückkommen. Und statt ans Meer geht man in die Berge. Da im Betrieb, die Kinder sind den ganzen Tag versorgt. Die spielen mit den Tieren, die umeinander laufen. Sie sind im Stall unterwegs, können mit den Traktoren oder mit den Gokkarts fahren. Und die Eltern können im Garten die Ruhe genießen und die Kinder einfach einmal laufen lassen. Von diesen Leuten merkst du auch wieder oder dir sagen dir immer wieder, wie schön, dass es wir da eigentlich haben. Weil es für uns Alltag ist und wir das gar nicht mehr sehen.